Disco-Nominanz mit der Disco-Queen-Pio. Und der Fake. Ich? 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 Ja, das wär jetzt gewesen. Alle auf der Typ da. War ihm jetzt auch zu blöd. Ähm, wohin? Ich bin beim Busfahrer. Ich auch. Wir gehen nach da. Wir gehen nach da, das ist gut. Nach da. Hä? Warte. Auf dem Berg. Ich will auch den Busfahrer. Ich kann nicht Busfahrer sagen. Doch B. Jaja, ich drück wie wild gerade B. Noch härter kann man nicht. Hast du dann schon? Wurde dir das nicht angezeigt? Achso, das kann sein. Wurde grad sagen. Noch fester kann ich die B-Taste gar nicht mehr drücken. Hallo. 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 Bio. Warum hast du eigentlich hier oben markiert? Ja. Oh. Oder weint jemand? Oh, ne. Ja. Ganz laut. Dann geh ich nach da unten. Tschüss. Ich hatte hier ne Truhe. Hm. Na ja. Dann hör' ich mal an. Dann hör' ich mal an. Dann hör' ich mal an. Dann ist jetzt doof, eh? Äh, ja. Ja, bleibt da oben, ganz oben stehen eben. Nee. Ich... Ich... Ah, man wüsste von ja sowieso. Wollte eben ein paar Waffen sammeln. Der Biomir nicht wieder alle blauen. Ha, 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 ha. Mist. Hab' ich vorhin gespielt. Ich hab' keine Waffe, das gibt's doch nicht. Danke. Alter, toll. Ich hab Holz gefunden, geil. Bin mal eben, ne? Ja. Hm. Ich hab Holz gefunden. Ich muss da irgendwo... Ja, äh. Wie oben hast du irgendwo ne Waffe? Warte. Ich such' dir einen. Ja, ich weiß gar nicht wo du bist. Du bist noch ne Shotgun. Wo bist du denn? Ach da. Hä? Warum seid ihr denn da hinten? Bis ich bei dir bin, äh, ist aber Weihnachten, Neujahr vorbei. Hier ist noch ne Maschinenpistole ne gelbe? Ja, ne grü... grüne. Entschuldigung. Ja toll, ich... Viel leichter Unterschied. Aber ich hab ne Munition. Und Verband. Und 60 Holz. Ich komm, 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 ich komm. Ich bin da von dem einen Berg ein bisschen runtergeglitscht, er. Ah, ihr seid da in dieser, was ist denn dort? Eishalle oder was? Eishalle oder was? Fabrikshalle. Und hier ist noch ne Wohlungsmaschine jetzt. Jupp, ich bin gleich da. Achtung, ich komm jetzt die Tür rein, bitte nicht schließen. Kann ich da hin nicht irgendwie. Hm? Kann ich da hin nicht irgendwie. Ja, doch. Ihr Schatzis, ich bin wieder da. Was war los? Totten Sie? Hätt schlecht geträumt. Ach so. Bisschen erkältet. Ähm, Maschinenpistole hab ich, was er gesagt, wo ist... Hier ist die Sportwende. Oh, die hab ich nicht. Da wo du gerade herkommst. Gut, aber irgendwo war noch Maschinen. Ja, das hab ich, das hab ich genommen. Hier ist auch noch was. Ein Ball. Ey, bitte. Ach, hier ist noch ne Sportwende. Ist die besser? Ne toktische Neue. Du hast ein Tor gemacht. Und ich hab ein Tor gemacht. Geil, oder? Ja. Rektakulär. Ich, ich meinte spektakulär. Spaktokulär? Rektakulär. Ja, du Spackenöl. Juhu. Position. Ist das richtig? Okay. Aua! Lass mal los. Weiß auch mal, ne? Wo seid ihr los? Seid ihr schon los? Nö. Ja. Ist in Richtung Go. Wir sind gar nicht los. Ihr seid auch reingelaufen. Ich höre eine Truhe. Aua! Ne, ist hier nicht. Ich glaub der Viewer, die sich schon gesichert. Ich höle. Ja, hier hat den von da sein. Jupp. Das sind die gleichen Geräusche. Das finde ich auch manchmal ein bisschen vermutet. Das sind die da sind. Das war ein mal hier. Flup. 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 Ah, ist ne Kranzfläche auf jeden Fall. Ja. Kam hier. Wir geht zum Abschiedsball. Ah. Aber die ist schon rot. Oh, die sind schon fast alle rot. Eine blau nur. Ne, wir haben aber 27 Punkte. Ich trage aber nicht auf Clyde, Pio. Ein Clyde. Ein Clyde. Ah, ein Ball Clyde. Den trägst du. Achso. What? Oh. Alle Tanzflächen sind geschlossen. Wann wird da nicht rüberkommen? Wie geil. Wir haben schon von den Punkten her ein bisschen mehr. Ja, 28. Und damit müssen wir dann laufen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ich muss da außen hin. Oh, der ist von Lila. Das sieht ja sofort. Was machst du da unten? Ich hab die Aufbauung. Achso. Das ist eine Boogie-Bomb ist hier noch. Ohne gerade. Das andere war eine Maschinenpistole, denn ich muss Maschinenpistolen-Kilzen machen. Achso. Ich eigentlich auch. Mach doch. Ja, mach doch. Ja, mach doch. Aber vorhin musste ich 5 mit der Shortflinte töten. Die habe ich in einer Runde besiegt. Wir müssen sie glaube ich go machen. Ja, das Problem ist. Sonst bauen wir eine Treppe oder so. Ihr wisst, im Himmel reicht. Hier zum Beispiel ist auch eine. Und hier ist Munition. Und eine Salbe-Waffe. Hey, verschenkt eine Salbe-Waffe. Hey. Ganz zu behalten. Das ist aber fies zu mir heute. Und eine Salbe. Hier ist noch eine blaue Shotgun. Hier ist auch irgendwo noch eine Truhe. Das höre ich. Boah. Oh, noch 13 Sekunden. Das sollten wir echt go machen. Oh, weh, wir. Nein. Ja. Huch, 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 huch. Oh. Unhoffend. Ah, fast. Oh, aber, ich bin schon fast raus aus der Zone. La, la, la. Ich bin raus. Auch. Das ist nur, dass ich schon fucking wenig Leben habe, ne? Ja, gut. Hier ist eine Tanksfläche. Mhm. Ich spring jetzt genau drauf. Uah. Hab ich auch vor. Oh, oh. Alter. Hau sie hinter dir, Bio. Oder? Ja. Hast du es geschafft? Nee, noch nicht. Der eine lebt noch. Achso. Ich bin tot. Shit. Welche war dort jetzt? E oder was? E. E. Achso, da bist du gar nicht. Nee. Nee. Naja. Töte den. Ich bin, ich bin am Abspringen. Hier ist aber keiner mehr. Ja, ich weiß aber, sobald die unten sein. Töte den. Hier ist aber keiner. Da kommen aber welche runter. Einer tanzt. Gibt es. Einer tanzt. La, 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 la. Geht! Ab hier. Huiii! Zack! Aua! Achso? Jetzt stink ich, oder wat? so stimmbombe geworfen man hat mich verstehen man muss uns auch nicht verstehen hält zwar nicht lange auf aber ein bisschen macht aber schaden ne ich mein hier ich baue da gerade mal ein bisschen drumrum wo seid ihr denn offensichtlich zumindest auf cb von hinten wo denn aber nicht hier oder bei eh nicht wo müsst ihr denn hier also seid ihr denn jetzt hin begin B wollte bio ist er reingesprungen hier ne ah ne du brauchst gerade wieder zur kiste das war klar hier ist aber so frei hier ist so ein Depot also so ein Versorgungsding und hat einen Fall wir haben eine Minigern oh Gott ich bin tot will keiner eine Minigern hmm ich überlege noch also keine Minigern ist die Option woher wir haben sie auch da Prozent warum sind die denn so gut weil ich bestimmt nicht an unserem Netz glaube ich einfach mal ich bio also auch an seinem und dann eine viel besser als wir aber war so schnell und teilweise da und sind wir nicht mal ein einzigen Schaden das kann auch sein ja das ist manchmal nicht so also man muss schon hey ich habe geskillt gerade wo der war oh 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 ich habe ich habe einen gekillt ich bin so gut wie tot ich hab ich habe einen gekillt ein Zielfernrohr, ich habe eine Maschine mit Zielfernrohr. Den wollen wir jetzt hin, zu? Was? Oh, E wird eingenommen. Haben wir ihn gerade schon? Sorry, ich muss mich mal in gerade healen. Ich bin noch bei A. Freue mal. Ah, Mann. Au, Gegner eliminiert, ein Hegchen. Ach, gut. Gremierung mit der Schrotflinte, drei von vier. Oh, ich habe einen Kill gerade gemacht. Ich musste aber fünf. Ich musste aber fünf. Ich muss vier. Wo sei der hin? A. Na, hier. Nicht mehr, gar nicht mehr. Ach so. A war meiner. Ja, wette. Wer geht denn jetzt? Äh, hier. Äh, Richtung... Dingeldongels. Genau, ich bin Richtung Dingeldongels gerade unterwegs. Ja, ich auch. Nein. Hör doch mal auf hier. Ich bin Junge unschuldig. Junge unschuldig. Hallo. Ich will dich jetzt treffen, Mann, Junge. Hey, fucking Rotkäppchen. Ja, vier von vier. Geil. Ja, die Rotkäppchen sind echt nervig. Wo seid ihr denn alle? Hallo? Tot. Warum? Weil ich tot bin. Weil ich tot bin. Finde ich jetzt... ...nicht toll. Ich? Finde ich jetzt nicht toll. Nö. Was ist für dich? Hör! Wo ist er hin? Nein! Hör auf! Lass mich in Ruhe! Hör zwei Mann auf mich drauf, oder was? Das gibt's ja auch nicht. Oh, gut. Jetzt habe ich ihn nicht mehr geschafft. Aber drei Kills. Hey, geil. Ich glaube, man läuft doch nicht so. Nee, ich habe auch eine scheiße Waffenecke. Ich habe auch eine Goldenecke. Einen Schuss und dann wäre der Tod gewesen. Ich sehe den Bio. Lauf, Lola, auf! Du musst am Kämpfen. Ich sehe das ganz genau. Ihr habt den gekillt. Ich sehe alles. Ja! Schmerz! Hello! Na, so war ich nicht mit mir. Dachchen! Blöber machst Du den da? Ich sollte eigentlich vor dem Lagerfeuerburut ent Demokraten. Ey, die Tanzflächen sind wieder da! Welches ist bei uns in der Nähe? Ne, keiner. Wie solltest Du so ein Ding innen setzen? 11 super also hier kommen kolleger hier nicht in zwei Folge heute der Boat der Bote mir einfach zu und weiße Wattern sagt man einfach dass ich ihn so tschüss so ich die richtung bemer kannst du sowieso nicht da kennen sie kein spaß in der truhe aber da war jetzt aber ich muss dann wie ich lass mich einfach von oben herab fallen ist das gut da ist glaube ich nicht gut ja geil wir nehmen b1 hier wird geschossen hier wird geschossen versuche nicht zu sterben ich bin gestorben wir versuchen also ich versuche gerade b1 was nachladen wo sie jetzt in hilfe hallo kleines bilder das ist ein nachladen hier kommt gleich was bei mir runter das ist ein nachladen Ja, Hallöchen, Aua, Aua, nein, nein, nicht schießen, warte mal auf, Mann, ich hab grad die Waffe, ach, Schloch, macht nix, deswegen hab ich die goldene. Achso, ich fall schon, nachladen, wo seid ihr unterwegs, auch noch B, oder, oh, 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 98, 99, stoppt sie, nicht, Platzierung deines Teams 2, oh, Platz 2 ist aber trotzdem gut, oder, 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 Wie viel Kitz haste? Drei. Wie viel? Drei. Lacht nicht. Ist doch gut. Wie viel habt ihr? Ich hab dieses drei, drei, aber viele Assistenten, weil ich gesnipert hab, ich hab mich oben auf diese blauen Dinger... Nein, ich hab Belohnungen, ich hab Belohnungen, nicht... B... B... Na. Aber ich hab gesnipert, ich hab auch nix. Hm, mir fehlt noch ein Level, dann krieg ich diesen Märchen-Umhang. Hmhm. Mir fehlt noch ein Level, dann krieg ich Rotkäppchen. Ach, Rotkäppchen. Ey, du hast ja auch mega viel gekauft. Was ist denn ein Rotkäppchen? Oh, ich hab's trotzdem... Oh, ich hab... Ey, Level 47, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Machin! Machin! Vielen Dank.